Du, liebe Kinder, heute ist Mathe angesagt. Ich hoffe, ihr habt alle eure Zettel dabei. Ja, ich hab ihn hier in der Hand. Guck mal. Warte, ich hebe ihn. Siehste. Halt dein Maul. Siehste. Du hältst jetzt deine Schauze. Also, ich habe die erste Aufgabe für euch. Lieber Mathe, ich schreibe es kurz an die Tafel. Ja. Warte. Fünf. Was machen sie da? Fünf mal vier plus zwei. Ja. Ist wie viel, lieber Mathe? Ich hebe es hoch. 22. 22. Ich halte es hoch. Du hältst es hoch? Ja. Ja. Siehste. Das ist falsch. Ey, was soll das denn jetzt? Hilfe. Nein. Warte, rette mich. Du bist ein dummes Stimme. Rette mich, Frau. Du hast keine Waffe. Er hat mir meine Hose runtergezogen. Ich hab dir... Was ist das denn hier? Warum kannst du mir meine Hose runterziehen? Ich hab keine Ahnung. Hallo, Hilfe. 22 war natürlich richtig. Ich weiß. Ich weiß. Komm her. Komm her. Setz dich bitte, lieber Mathe. Setz dich bitte. Okay. Okay. Ich sitz wieder. Zieh mir noch mal kurz die Hose runter. Warte. 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 Deine Glatze ist aber auch ein bisschen größer geworden. Hab ich das Gefühl. Da ist sie unten. Warte nochmal. Hey. Komm her. Oh ja. Oh, perfekt. Oh ja. Dann setze ich mich wieder hin. Ja, was machen wir jetzt? Äh, jetzt fail. Ich hab Mission accomplished. So. Ach, du hast mich ausgeträgt, du kleine Ratte, du. Oh, Alter. Eins gegen eins. Jetzt wäre ich mich. Jetzt wäre ich mich. Ja. Schüler gegen Lehrer. Eins gegen eins. Aber ohne Kneifen. Alter, du kassierst so. Alter, du kassierst so. Bin ich stark? Alter, bei mir kassierst du. Bei mir bist du... Du bleibst jetzt... Hilfe. Hilfe. Wie geht das? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du wirst so K.O. gehen. Du wirst so K.O. gehen. Da. Ja, schüss, du Lappen. Wow. Warum kannst du fliegen? Oh, ich hab dich genommen. Warte. Ja, nimm mich mal. Ui, komm mit, Papi. Ja. Und jetzt einmal. Hier schmeiß ich mal hier runter. Wow. Oh nein. Was, ist das Schaden bekommen? Ach so, ja, wow. Hallo. Was machen wir jetzt? Ich hab doch gerade geschafft die Aufgabe. Wir haben eine Eins bekommen. Au. Sag mal. Ja, du bist einfach... Ja. Oh. Jetzt schritt ich. Ich lieg schon. Ja, ich weiß. Oh nein. Komm mal zu mir. Was ist los? Für den geht's nicht so gut. Guck mal, hier bin ich. Nein. Oh. Oh, sorry. Hey, Leila. Geht's Ihnen gut, hä? Geht's Ihnen gut? Ich bin K.O. Oh nein. Oh, da ist er ja. Hallo, schon mal. Alter. Junge, ich kann halt nix machen dagegen. Komm mal her. Ich will dich nehmen. Ja. Hey, wie kann man dich denn... Ich hab dich doch gerade auch genommen. Kann ich dich auch nehmen? Ich geh raus. Äh. Tschüss. Komm her. Dich nehm ich dann. Hey, was... Ah, geht doch. Komm mal mit. Ah, warte mal. Free Hands, Force Respawn. Schauen Sie mal, Leila. Guck mal, was ich kann. Ja. Hier, in die Cafeteria. Oh. Hör auf, mich zu hauen. Oh nein. Warte, ich hab noch was. Guck mal, wie frech ich bin. Ja. Warte, hier. Hör auf. Nein. Da, es fliegt. Oh. Das ist dich traurig. Oh, Fern. Es tut weh. Hören Sie bitte auf. Ist mir doch egal. Ja, ich hab ein Feuerzeug. Guck mal. Ja, und? Aua, meine Augen. Ich kann nix machen. Warte, ist das... Ah. Ja, Alter, was? Alles klar. Oh Mann, ich hab die Eizung schon wieder verges... Warum hast du ein Seil? Guck mal, Bogostick. Hä? Hilfe, Aua. Ja, komm mit. Immer Ärger mit meinem Lehrer. Komm mal mit. Kommst du jetzt in die Klasse? Nein, nein. Oh ja. Wui. Wow. Wow. Ja, was jetzt? Aua. Okay, ich komm wieder zur Matte. Was jetzt? Oh, was ist... Zitternil. Das ist ja... Hast du den einen Jungen gesehen? Ja, das ist mein Zwilling. Nein. Hilfe, hallo. Wie, da ist auch keinem gejuckt? Ja. Leute, ich werde entführt. Nee, wird er nicht. Gibt's hier einen Keller? Das ist keine... Oh nein, der zieht mich durch die Wand. Bitte nicht. Komm mal nach oben. Komm mal nach oben. Ich hab doch... Ich hab eine ganz besondere Behandlung für dich. Ähm. Okay, alles klar. Du kommst jetzt in den Computerraum. Ja, alles klar. Ja. Kannst du mir helfen? Hüpfen mal, geh mal auf den Schreibtisch. Ah ja, warte. Warte. Ich ging ja an der Decke. Ich komm, aber du... Kannst du es irgendwie schaffen? Warte. Ich guck mal. Wenn du noch... Ja, ja. Da, da bin ich. Ah. Oh nein, jetzt bin ich wieder unten. Ja, wow. Warte, ich schieb dich jetzt hier hoch. Ja. Schieb, 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 schieb. Alles gut bei mir. Danke der Nachfrage. Oh ja, ja, ja. Ja. Oh ja. So. Jetzt... Wir haben heute Informatik. Okay. Was will ich tun? Warte. Kann mich hinsetzen. Oh, du hast einen Jetpack? Ja. Oh. Aua, nein. Was machst du denn jetzt? Jetzt bin ich schon wieder in der Decke. Hör doch auf. Oh. Oh nein. 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 Ah. Alter, ist das brutal. Hallo. Komm, wer jetzt erst da oben ist. Wollen wir Freunde sein? Nee, warte, ich such grad Freunde. Sag mal, du ver... Hallo? Ja, der hat mich gehauen, ja. Alter, ich schlag ihn tot. Mop den, mob den, mob den. Ich schlag ihn tot. Warte, ich mach mal einen Prank. It's a prank. Ja. Du's loser. Wie schmeckt euch das, hä? Wie schmeckt euch das? Er geht in die Schule. Hm. Ey, was ist denn mit dem hier? Oh, hallo. Ich hab eine Aufgabe. Ja, stimmt, hab ich auch. Was muss ich hier machen? Ihn kaputt schlagen? Start a food fight in the cafeteria. Guck mal, hier ist so ein Typ, Alter. Der ist unbesiegbar. Ach so, nee. Was musst du... Ach, irgendwie wegen dem Graffiti oder so. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas musst du tun. Guck mal, Alter. Was steht eigentlich unten rechts? Ach so. Free your hands to interact. Ja. Und dann red mal mit ihm. Ah ja. Ja, kann ich nicht. Ah doch. Äh? Hui. Tschüssi. Tschüss. Was machst du jetzt mit ihm? Mit dem kann ich nix machen. Warte, ich muss zur Cafeteria. Und du musst mich eigentlich aufhalten. Wo war die... Ah, hier. Äh, ich hab sie. Und was sollst du da machen? Äh, ne Kampf starten. Hallo. Oh, ich geh mal zum Koch hier. Wie geht's hin? Wollen wir Freunde sein? Ja, er hat ein Ausrufezeichen. Das ist meine Quest. Ja, komm her, du kleine Ratte, du. Oh ja, ich mein... Boah, ist das ein Lappen? Ist das ein Lappen? Ich klatsch dir richtig eine. Kannst du ihn verprügeln? Ja, er liegt jetzt auf dem Boden. Aber das war nicht meine Aufgabe. Wie gefühlskalt du das gesagt hast. Nee, ich war einfach ein bisschen... Hallo. Jetzt bleibt doch stehen. Dir gefällt das doch. Oh nein. Wo bist du denn? Geht doch um. Komm schon. Ich gehe in der Cafeteria. Ist ein separates Gebäude. Dreck nebenan. Star the Food Fight? Muss ich hier was aufheben? Wird mir hier nichts angezeigt? Leute, was soll das? Da hinten ist so ein Pfeil. Oh, oh nein. Hilfe, nein. Hallo. Da, ich werde... Guck mal, du hast doch... Der Typ da hinten, wo wir gerade waren. Ja, ja. Da ist auch noch ein Pfeil, ne? Ja. Bei dir. Ja. Aber der Typ macht nichts. Also ich kann mit ihm auch nicht interagieren. Ich packe mal meine Sachen weg. Eh. Ah! Ah, jetzt habe ich Mission 2. Ich musste mit ihm reden. Jetzt muss ich... Start a Food Fight. Oh, okay. Okay, okay. Das war einfach meine Aufgabe, die er mir gegeben hat. Und jetzt musst du mich aufhalten, dass ich in der Cafeteria niemanden ärgere. Okay, das ist kein Problem. Nee. Warum läufst du da wie Gollum? Hallo. Na, willst du ein Food Fight? Ah? Sag mal, warum kann ich dich nicht abfaggeln? Lern Sie bitte auf, ja? Au. Oh, Hose runtergezogen. Äh, äh. Oh, ja. Ja. Ah, ja. Komm. Food Fight. Ist das ein Food Fight hier gerade? Oh. Hör, du hast das... Der falsche. Ups. Wie der Lehrer noch mitmobbt. Wie geil. Na toll, jetzt habe ich den... Mach doch mal das Seil weg. Nice. Das gefällt mir. Ich verprügel einfach Leute. Kann auch, was ein Food Fight sein soll. Sehr gut. Ich kann auch... Ey. Nein, 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 nein. Komm mit. Nein, 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 nein. So nicht. Ja, ich kann mich befreien, wenn ich eh es beim... Hallo. Komm mit. Ich habe nur noch 30 Sekunden. Oh, oh. Ja, sehr gut. Du hast schon wieder den Typen. Jetzt habe ich den amal. Ja, er liegt. Okay. Der nächste liegt. Hallo. Was ist ein Food Fight? Eh. Eh, eh, eh. Warte mal. Ich muss dich einfach kaputt schlagen. Richtig. Aber du bist jetzt tot, oder? Ähm. Was ist da? Alter. Mobbing Kreis. Ja, aber Ultra. Hallo. Okay, der ist auch tot. Du bist jetzt auch tot. Da ist noch ein... Ey, meine Finger tun weh vom Klicken. Ich habe mich schon... Was für Mission failed. Sehr gut. Du hast ein Paper Airplay. Ein weiterer glorreicher Tag. Oh, ja. Ich dachte, das wäre fake. Nein. Oh, ja. Passiert jedes Mal, ne? Ja, ja. Mittelschluck der Erde ist echt. Ja, aber weil es auch manchmal so auf Amazon fake Merch gibt. Ah, ja. Ja, das berechtigt. Wenn ihr euch von mir oder Manual seht, das ist alles fake. Also Bücher und so sind real. Aber was so Klamotten angeht, äh, es ist immer... Gibt es immer glp.tv slash shop und bei dir paluten.shop, ne? Ja, oder paluten.store. Das ist so eine URL, die... Das ist beides das Gleiche. Kannst du aufhören, mich immer zu... Hallo, aufhören! Oh, ja, warte mal. Ich mache das direkt. Na. Jedes Mal, wenn du dich befreist. Ne. Alter, was? Hallo. Hallo. Spiel. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Ich mag... Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ey, das ist... Ja, easy. Okay, warte mal. Das muss ich nur zwei Minuten lang machen. So. Was? Tja. Du hast dich irgendwo gespawnt. Ne. Pass mal auf. Moin. Ich bin's. Hallo, ich bin die... Ich bin deine Chefin. Ja. Hören Sie auf. Ja. Alter. Besonders... Ich verliere jedes Mal mein Scheiß-Item, wenn du das machst. Oh, ja. Guck, was ich habe. Lass mich skaten. Ja. Was? Ich bin... Ich war's. Ah, Schluss. Oh, eine Tony Hawk-Spiel. Boah, die fand ich so geil, die Spiele. Tony Hawk? Den Grinden, ja. Oh, ja. Ultrageil. Hier kannst du halt nichts damit machen, Mann. Bis ich herausgefunden habe, dass man im Real Life gar nicht... Triple-80-Grind-Nose-Grabs machen kann, sondern immer nur so einen Trick war ich bis... Hattest du mal ne Phase? Ne kleine? Ich hatte mal ne... Na, es war eher so ein bisschen Skaten auch dabei. Also mit so Rollerblades. Da war ich dann so auf der Pipe. Und dann habe ich mich allerdings einmal so auf die Fresse gelegt, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Da bin ich auf meinen Arsch gefallen. Und dann hast du die Karriere an den Nagel gegangen? Ja. Ja. Ja, ich hatte mal ein, zwei Tage so eine Phase, wo ich den Gedanken unfassbar cool fand, damit rumzufahren. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich so ein... Ja, alleine schon... Und jetzt kommt's, das ist wirklich traurig. Alleine schon das Skateboard dafür sorgt, dass ich ne Form von Höhenangst verspüre. So zwei, zwei Zentimeter über dem Boden. Hallo, hör auf! Äh, also... Aua, vor allem, dass du mich treten kannst. Sag mal, aua! Ne, jetzt... Scheiße, ich muss weg. Jetzt ganz andere Geschützer. Hallo, ey, du hast Seilverbot. Du hast Seilverbot. Okay.